Hi. Hi. Ja, so auf den hab ich dir schon mal erzählt, ich wär eigentlich Fußballprofi geworden? Nein. Ja, die wollten mich alle! Die wollten mich alle! Wollten die mich! Echt jetzt? Und dann die Scheißverletzung! Diese Scheißverletzung am Bein, weißt du so. Wow. Jetzt zu spät so, ja. Aber ich wär Fußballprofi geworden auf den so. Guck! Wow. Wow, do it! Wow, do it! Aha. Hier, los, versuch mal an mir vorbeizukommen. Okay. Gepannert! Ich hab dich gepannert! Knieverletzung! Ja, du denkst auch, du bist jetzt krass, oder? Komm doch mal, komm doch mal, ich bin Profi. Ja, los, komm doch an mir vorbei! Ja, komm doch! Ah! Wow! Mein Knie! Mein Knie!